Als wir im November letzten Jahres die erste Phase der Ausstellung Eppenzell Now in der Kunsthalle Eppenzell eingerichtet haben, hat der Künstler und Musiker Sven Bösiger diese Tuschezeichnung mitgebracht, die er dann auf dem Boden liegen zwischen zwei Glasscheiben so präsentiert hat, dass sie für mich aussahen wie eine Partitur. Man konnte sie lesen als Landschaftsbilder, als Bilder einer inneren Strömung, als Flussbilder. Und ich habe mich dann mit Sven Bösiger darüber unterhalten, ob es denn nicht denkbar wäre, dass er diese Tuschezeichnung wie eine Partitur benutzt, um wieder für uns im Rahmen dieser Ausstellung ein Musikstück zu schaffen. Heute, am 24. Februar 2021, hat er in der zweiten Phase ein Stück vorbereitet, das jetzt gleich folgen wird. Und ich glaube, in dem Stück Mirage werden Sie etwas erleben, was wunderbar ist, was äußerst sensibel ist. Legen Sie sich auf ein Sofa oder sonst wo hin, dimmen Sie das Licht und konzentrieren Sie sich auf die Töne, die Sie gleich hören werden. W втор billen Sie sich auf die Töne, das ist CEzuschaced. Masz, wir Florence, sie Ai-Media haben, wir sie TikTok watarst Steve knallen Sie das Licht Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020